Ganz speziell freut es uns dann, dass wir HRM so wie ein Partner zu den Special Olympics sein dürfen und wir werden Sie recht herzlich bei uns hier im Lepizaner Gestüt Beiber begrüßen. Inclusion Painting, um das geht es. Weltweit sind Bilder entstanden immer von einem Künstler, einer Künstlerin, einer Athletin heute und von einem Prominenten aus Politik, Wirtschaft. Diese Bilder werden dann gezeigt und anschließend nach den Spielen versteigert natürlich die Zukunft der Athleten, der Sportler. Kövloch ist bekanntermaßen Hostdown-Gemeinde für die Special Olympics 2017. Wir unterstützen das im Sinne der Special Athletes, aber auch natürlich im Sinne der Stadtgemeinde. Schön ist es natürlich auch, wenn man diese Vielzahl an Nationen bei uns dann da hat. In Lankowicz haben wir bekanntermaßen Chinesen und Taiwanesen und in Kövloch werden wir unsere italienischen Nachbarn und einen Teil der Taiwanesen begrüßen dürfen. Ich bin einiger, ich bin einiger, ich bin einiger, ich bin einiger. Ich bin einiger, ich bin einiger, ich bin einiger.